Wir sind am Tag, das ist der 28.12. im Finale. Wir machen diese Tour in 19 Städten. Jemals der Tagessieger, der Kaffensieger ist zum Finale eingeladen und den Toursieger-Gott. Nach demselben Modus, wie wir es jetzt hier gemacht haben, der Toursieger gewinnt dann ein Wochenende im Wintergaga-Gurund-Hotel. Das ist so im Grunde der Rahmen.